Hallo liebe Freunde der Action, Horror und Splatter Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem Versuch von mir nicht völlig zu versagen. Das letzte Mal hatte ja schon damit angefangen, dass ich meine Mikrofoneinstellung ein bisschen versiebt habe und mein Großmembraner nicht aufgenommen hat dafür das Mikrofon von meinem Notebook, was sich schlussendlich nicht so toll angehört hat. Wo ich mich jetzt nochmal dafür entschuldigen möchte. Aber weiter im Text, spielen wir einfach mal. Und jetzt wieder den Jagdimpuls aussenden und ihm bis zur Mitte folgen. Ja und trotz meines kleinen Foupas hoffe ich, dass man mich doch einigermaßen verstehen konnte. Vor allem, da ich über... Also ich meine vor allem den Teil, wo ich über die Special Edition geredet habe. Ich habe es verstanden, als ich mir das Video angehört habe, aber ich weiß ja auch, was ich gesagt habe. Äh ja, ich muss zur zerstörten Brücke rübergleiten und den Typen absolvieren. Macht wir doch gleich. Ja, ich soll noch gucken, wo ich hinrenne. Huch. Äh ja, gleich muss rübergleiten. Gut. So. Ach jetzt immer Stück für Stück. Gut. Äh und dass sich meine Stimme jetzt so komisch anhört, das liegt einfach daran, dass meine Erkältung, ja schlimmer geworden ist, würde ich jetzt mal meinen. Also so gesehen, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. So, tarnen. Und wo ist mein Ziel? Das ist doch wieder so ein Virensensor, oder? Vielleicht auch nicht. Na gut. Da haben wir den Typen. Dann werden wir ihn doch gleich mal absorbieren, oder nicht? Warum nicht? Komm her! Du bist mein! Und wieder gerne ausgebildet. Und wieder gerne ausgebildet. Ich glaube, jetzt sollten wir uns dann auch wieder verpissen. Ja, mit dem coolen Gadget. Ja, ich bin deiner Meinung. Zwei von diesen Helikoptern ist nie gut. Ach du Scheiße. Ja, ich schätze mal, jetzt müssen wir rennen. Gegen so zwei Helikopter ist das ziemlich blöd, ne? Oh, einfach mal weg, weg, weg. Darf ich jetzt wechseln? Nein, das war keine gute Idee. Verdammt, verdammt. Ich muss wirklich... Uh, die sind aggressiv, die Viecher. Komm, komm, komm. Ach, die Helikopter haben mich immer noch gesehen. Scheibenkleister. Aber zurück zu meiner verdammten Erkältung. Mir wurde schon vorgeschlagen, im Übrigen bei einem Videokommentar, ich soll mir doch Tampons in die Nase stecken. Ich halte das nicht so für eine gute Idee, da meine Stimme jetzt schon ziemlich... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Scheiße klingt? Ach, verdammt. Wieso geht der Weg zum nicht? Heute ist... Weiß ich auch noch? Oh Gott. Also, falls es nicht... Also, wie man hört, es wird nicht besser. Aber dafür bin ich endlich gekommen. Obwohl ich gerade nicht zugeguckt habe. Was zur Hölle? Was war das jetzt gerade? Ist das jetzt eine Mission? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal lieber mal. Dann sieht man vielleicht auf Select was. Oh, diese Nase waren gar nicht, gar nicht gesund. Ja, da sehe ich irgendwie gar nichts. Vielleicht auf Start. Da sehe ich die Karte. Also, Karte wählen. Bewegen. Zoom, zoom, zoom. L und R2. Ach ja, und was ich noch gesehen habe. Ich habe ja das letzte Mal gespeichert, als ich auf diesem Dach gestanden bin. Nur so als Hinweis, das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich muss nochmal dort an der Stelle weitermachen, an der das Video, das letzte Video mit, also die kleine Sequenz, nennen wir es mal die kleine Sequenz bei der, was ist jetzt das? Blackbox Sammelobjekt. Eine Blackbox ist in der Nähe. Es gibt vier Blackboxes im Distrikt Fairview, die Sie finden können. Dann sammeln Sie vier Blackboxes und Sie erhalten eine Mutation. Also, ja stimmt. Wenn ich mir Tampons in die Nase stecken würde, ja, wo ist das Ding jetzt überhaupt? Wo ist die Blackbox? Ah, ich komme näher. Gut. Wenn ich mir Tampons in die Nase stecken würde, würde ich mich noch viel beschissener anhören. Warum ist hier rot? Rot ist nie gut. Und ich entferne mich wieder. Das ist ja wie Topf schlagen. Werner, Werner, Kälter. Äh, schießen die auf mich? Ja. Ach, ich habe es natürlich auch wieder herausgefordert. Hm, jetzt entferne ich mich wieder. Scheiße. Tja, er hat mich verloren. 15 Meter durchkommende Sache schon näher. Ich bin, glaube ich, was zur Hölle. So aufwendig bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich glaube, ich muss einfach mal die Aufmerksamkeit auf mich richten. Ah. Ah. Jetzt muss ich mal die Nase schnauzen. Entschuldigung. Ich schneide mir auch mein ganzes Notebook voll. Aber so ist das halt. Ich will das Spiel spielen. Und da ich es unbedingt, ja, also meine Let's Play so aufnehmen will, als würde ich es halt eben wirklich spielen. Ich bin schon wieder... Ach, das ist so ein Arsch. So ein scheiß Virusdetektor. Äh, ja. Da ich das Spiel spielen will, aufnehmen will, als würde ich es halt wirklich spielen. Und das ist halt... Egal, unter welchen Umständen. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Ding hin. Ist mir egal. Ihr könnt mich mal... Also... Da der Lauf auch nicht gleich. Äh... Wo ist die verdammte Blackbox? Ich laufe jetzt so lange darum, bis ich sie finde. Ich war auch nie wirklich gut im Topf schlagen. Und ich beende meine Sätze jetzt nicht so wie sonst, auch nur, weil ich es vergesse, sondern weil ich halt geschwächt bin. Tut mir leid. Hm. Ach du, ah, ah! Ich war schon bei der Blackbox. Verdammt. Ich habe jetzt einfach vorgenommen... Oh. Interessante Aufzeichnung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, während meine Erkältung äh... zu spielen, da ich das einfach nicht sein lassen kann. Aber halt... bisschen weniger lang, da ich... ja, meine verschlüpfte Stimme eigentlich niemand antworten will. Das klingt ja echt scheiße. So ein bisschen. Naja. Oh, das war ein cooler Backflip. Na, machen wir einfach weiter mit diesem G. Operation Flytrap. Pataguera hat Mercers Geschichte bestätigt. Die Blackwatch und Gen-Tag riecht mehr Schaden an, als das ich lesen kann. Ich muss einen Colonel Rooks finden. Er ist derjenige, der mich in diesem Land töten. Hi. James, Colonel Rooks ist der Head Blackwatch-Kommander in NYC. Das ist viel größer als uns. Hör auf diese Blackwatch-Message, die ich gerade unterzielt habe. Dottnall 41, Scottnall. Du wirst zu Testseite, Washington. prepare for control release. Over. You hear that, James? Those specimens, they are the monsters. And the Testseite are city parks. This is what Blackwatch does in the yellow zone. You cannot stop them. Father, I am going to stop them. And I'm going to find Rooks. With or without your help. Ja, unser Freund wird einfach alles zerstören, was er hat, was er will. Also, Testanlage Washington. Blackwatch Explorer aufzuhalten. Ah, 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 ah. Und gleiten. Hm, Lagerrecht. Sie werden verladen. Aha. Ich muss das einfach aufhalten. Und eben vorsichtig mit dem Speichern. Das funktioniert nicht so, wie man das gern hätte, dass man an der Stelle weiterspielen kann, an der man gespeichert hatte. this is release team alpha 1 1 actual. teams alpha beta and gamma moving into position. i'll copy. alpha 1 1, interrogative are the suppressant teams in position. all checks completed cottonmouth. we are ready for the release teams to commence. prepare for silent operation. uuuh sheisse release team's in place. copy that. operation flytrap is approved. Das ist nix gut. Das ist egal nix gut. Ein Brawler. X und links. Also dann werden wir uns einfach mal zusammen prügeln. Oh, das war der falsche. Das Vieh ist zu langsam. Ich muss den Menschen einfach mal besiegen. Sonst haben wir... Ja, ausweichen. Nimm das! Scheiß Vieh. Oh, das ist nicht gut. Oh, cool, Kampus. Äh, Moves. Äh, scheiße. Oh, oh, oh. Verdammt. Ich wollte es eigentlich versuchen, jemanden zu absorbieren. Und Kreis, Kreis, komm, Kreis. Na sicher. Das ist doch kein Gegner für Sergeant Heller. Ja, ich hab Klauen. Endlich. Ja, nennst du das ein Messer? Das ist ein Messer. Nein, das ist kein Messer. Das ist ein Löffel. Ja, die Dinger funktionieren gut. Ach, ich muss gar nicht die Zivilisten zerfleischen. Ah, Mistvieh. Ja, die Dinger funktionieren doch besser als die blanken Fäuste. Auf jeden Fall. Oh, ah, ah. Das hat mich in die Ecke gedrängt. So, jetzt geht's aber... ...möchte ich eins auf die Nuss. Komm schon. Und weg mit dir. Arm ab und weg mit dir. So, meine Fleischwunde. So, was muss ich jetzt machen? Blackboard-Soldaten angreifen. Äh, L2 gedrückt halten und... ...Vieck. Okay. Cooler Move. Machen wir doch noch ein paar von denen. Äh... Ah ja, jetzt einfach mal alles zerschnetzeln. Einmal ziemlich schnitzelst, bitte. So. Also ich muss jetzt alle vernichten. Ach, Alter, da kommen ja noch mehr. Was zur Hölle... Oh, die wollten mich gerade auf mich schießen, habe ich das Gefühl. Das lassen wir doch gar nicht erst zu. Ach, hey, ich muss mal ausweichen und so weiter. Ich sollte ausweichen. Aber der Sprung ist schon sehr praktisch. Aber eigentlich möchte ich jetzt auch irgendwo mal noch... Ah, hier. Ein Absorbierend. Dankeschön. Oh, fuck. Ach. Äh, Raketenwerfer hier. Wo ist ein Raketenwerfer? So, Raketenwerfer genommen. Was muss ich jetzt machen? Ziel. Feuer. Ziel. Feuer. So, der ist zerstört, wie wäre ich das Team wieder los? So, also nochmal Kreis drücken. Und schon sind wir entkommen. Ich tage mich lieber. So. Und wieder zur Kirche. Also ich muss sagen, die hat schon ein paar sehr überzeugende Argumente, um von seinem Standpunkt, um seinen Standpunkt klarzustellen. Und jetzt würde ich jetzt eigentlich schon wieder eine Folge aufgenommen. Ich kann es nicht sein lassen, ich muss weiter aufnehmen. Das macht mir gerade zum Mordspaß, auch wenn man es nicht hört, weil ich mich auch halbwegs so fühle, als würde ich gleich verrecken, weil ich keinen Luft kriege. Hm, ich kann mal L1 drücken. Ah, ja, 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 das ist die Machtsteuerung. Also kriegt man noch einen Haufen Kräfte dazu im Laufe der Zeit. Das war jetzt nicht mein Absicht, wie kriege ich das wieder weg? Ah, ist ja auch egal.